Was macht der Volksbund? Das kann man in drei Zahlen erklären. 46, 845, 2.700.000. In 46 Ländern auf der ganzen Erde hat der Volksbund Kriegsgräberstätten zu betreuen. Das sind insgesamt 846 Friedhöfe. Die letzte Ruhestätte für 2.700.000 deutsche Kriegstote. Überwiegend Soldaten, aber auch viele Zivilisten. Das sind so viele Menschen, die im ganzen Saarland und in München zusammenleben. Und das reicht dann immer noch nicht. Man muss noch Mainz dazu nehmen. Allein aus dem 2. Weltkrieg werden derzeit noch 800.000 Menschen vermisst. Das sind mehr, als in Frankfurt am Main heute leben. Und das sind nur die Kriegstoten im Ausland. Wie macht der Volksbund das? Zuallererst, wir pflegen die Friedhöfe. Also Rasen mähen, Hecken schneiden, Mauern ausbessern, Wege pflegen. Jeder, der einen Garten hat, kann sich das vorstellen. Richtig spannend. Die Kollegen vom Umwettungsdienst finden jedes Jahr ungefähr 25.000 Tote. Eine Stadt mit passender Größe kennen Sie sicher selbst. Wir bearbeiten im Jahr fast 50.000 Suchanfragen nach Kriegstoten. Fragen, die von den Angehörigen gestellt werden. Das sind schon lange nicht mehr die Kinder oder die Witwen. Das sind heute die Enkel, die Urenkel und in den ersten Fällen noch schon die Ur-Urenkel. Aus den Familien, um denen das Wissen über die Familiengeschichte verloren gegangen ist. Warum auch immer. Familien- und Heimatforscher greifen sehr gerne auf unsere Datensätze zurück. Wir haben fast 5 Millionen Personendaten von dem Krieg gefallenen Menschen. Für diese Arbeiten und für unsere Angebote braucht es Geld. Das sammelt der Volksbund. Bei der Haus- und Straßensammlung, bei Veranstaltungen, eigentlich bei jeder Gelegenheit. Hierzu braucht man Unterstützer in Gesellschaft und Politik. Wir brauchen Sie als Unterstützer. Denn der Volksbund ist ein von Bürgern getragener Verein, ein von Menschen getragener Verein. Wir sind keine staatliche Organisation. Machen Sie mit. Als Mitglied, als Helfer bei einem Arbeitseinsatz auf den Friedhöfen oder, falls jünger als 25 Jahre, gerne bei einem unserer Workcamps. Warum ist der Volksbund auch heute noch wichtig? Der Volksbund arbeitet für den Frieden. Europa ist auf den Gräbern der Toten des Ersten und des Zweiten Weltkrieges gebaut. Auf den Gräbern von Zivilisten und Soldaten. Auf den Gräbern der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft. Auf den Gräbern der Opfer des Holocaust. Auf den Gräbern von Menschen. Der Volksbund hört nicht auf, daran zu erinnern. Versöhnung über den Gräbern ist unser Ziel. Gemeinsam für den Frieden unser Motto. Wir bringen Menschen aus ganz Europa zusammen. Zum Kennenlernen. Zum Austausch. Zum Diskutieren. Wir halten das für wichtig. Zum Beispiel über die Unterschiede im Gedenken und Erinnern an Krieg und die Kriegstoten. In Frankreich, wo wir hier stehen, passiert das auf eine völlig andere Weise als in Deutschland. Und Franzosen und Deutsche gedenken wiederum völlig anders als Polen. Warum ist das so? Warum ist das wichtig? Warum ist das für die Zukunft wichtig? Um einander zu verstehen. Denn sich verstehen ist die erste Voraussetzung für Frieden. Wir helfen dabei, diese Fragen zu beantworten. Warum sollte jeder den Volksbund unterstützen? Genau darum. Weil man zu einem Leben in Frieden und Freiheit nur gemeinsam kommen kann.